Ich möchte euch zusammen mit Lukas zum nächsten TLF Family Day einladen. Wann findet der statt? Am 27. Oktober. Und zwar in der Nähe von Winterthur in der Schweiz, in einem Dorf mit dem Namen Rickenbach-Sulz. Wir möchten einfach mit diesem Video euch sagen, notiert euch dieses Datum, damit ihr dort dabei sein könnt. Dieser Tag ist für den ganzen deutschsprachigen Raum, für Leute in Österreich, für Leute in Deutschland, in der Schweiz. Und wir würden uns freuen, immer so ein Familientreffen einfach von Leuten, die inspiriert wurden, werden von The Last Reformation einladen, wo wir einfach Inspiration haben wollen, wo wir Ermutigung haben wollen, wir Austausch haben wollen. Ja, wir sind sehr gespannt auf diesen Tag. Darum Family Day. Aber es gibt noch etwas mehr. Ja, ein Tag vorher ist schon die Einladung für alle Leute, die eine PTS absolviert haben und die deutschsprachig sind, bereits am Samstag, dem 26. Oktober zu uns zu kommen. Wir werden auch so ein Treffen haben, Austausch haben, Ermutigung haben. Also notiert euch dann das ganze Wochenende. Informationen zu dem Detail, also vom Sonntag, aber auch vom Samstag, wird ca. in einer Woche wird das aufgeschaltet werden, auf unserer Webseite, die heisst? HiNewTrainingschool.ca. Ja, und dort wird auch ein Anmeldeformular drauf sein, wo man sich anmeldet, weil wir ungefähr abschätzen müssen natürlich, wie viele Leute es kommt. Richtig. Unser Anliegen ist wirklich, dass Leute miteinander connected werden, dass Leute anfangen, wirklich auch ihre Verantwortung an den Orten, wo sie sind, wirklich wahrzunehmen und gleichzeitig wollen wir einfach auch voneinander hören, was Gott alles am Tun ist an den verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum. Also es ist eine Zeit auch der Ermutigung seiner Rede. Ja, hey, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid, auch Freunde mitnehmt und wenn wir da wirklich auch eine Zeit haben, wo wir Gott suchen und Gott finden, ihm begegnen, erneu ermutigt werden, diesen Weg zu gehen, der Jüngerschaft Jesus hinterher. Wir freuen dich kennenzulernen. Also bis dann. Bis bald. Alles Gute. Ciao. 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 Prima, 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 äl prima. Gut? So. So, 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 so. Das sei ja immer nachher so. Hey, hallo zusammen, hiermit möchten wir euch beide, also uns mit eingeschlossen natürlich, natürlich zum nächsten TLR Family Day. Kannst dich aufhalten für den ersten Set? Jetzt fahrts. Jetzt fahrts schon wieder. Kannst du auch? Warum nicht du? Wenn wir wieder auf Afgutranger Gachen foltern. Also nochmal zusammenrisen. Ja, auch du mein Freund. Schau nach oben. Okay.